Wir haben ein Buch geschrieben, das heisst Ungezähmt für Jesus, mein wildes, freies Leben. Es ist ein bisschen eine andere Biografie. Es hat kurze, knackige vier Kapitel über mein altes Leben. Drogen, Gewalt, dann die Zeit in den USA, in der ich Fussballstar werden wollte, Rückkehr in die Schweiz, Party, Drogen, Karriere, Geld, Haus, Schiff, Boot, ein Abstecher in die Esoterik, das Leben in einem V-E-Bus und dann diese Stimme aus dem Baum. Jesus Christus hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Anschließend haben wir acht Kapitel voller Geschichten, wie Gott normale Menschen braucht, um seine Geschichte zu schreiben. Sei es, dass ein Moslem Jesus auf einem See sieht. Sei es ein Russe, der in die Schweiz kommt, um zu sterben und Jesus Christus kennenlernt und in sein Heimatland zurückfliegt als neue Person. Seit vielen Jahren leben wir zusammen mit Obdachlosen, Suchtkranken und sonstigen gestrandeten Vögeln zusammen und sehen, wie diese Menschen verändert werden. Gott will normale Menschen gebrauchen, um seine Geschichte zu schreiben. Das Buch, ungezähmt für Jesus, mein wildes, freies Leben, ist für Menschen, welche suchend sind. Es ist für Menschen, welche mehr von Gott wissen wollen, welche Hunger haben nach mehr. Und es ist für Menschen, welche fragend sind. Mein Lebensziel und meine Motivation ist die Apostelgeschichte, heute zu leben. Die Apostelgeschichte, heute zu leben. Vielen Dank.